So und damit hallo und herzlich willkommen zurück und man hört schon ein bisschen, also von daher entschuldigt bitte, wenn ich diesmal vielleicht etwas wortkarrierer bin, als ich das sonst bin oder mich zumindest etwas seltsam anhöre, aber mich hat es ganz schön erwischt und leider auch meine Stimmbänder so ein bisschen mit Weshalb ich etwas seltsam klinge und nicht den einen oder anderen Ton so richtig treffe und meine Stimme dadurch manchmal so ein bisschen seltsam und loderlustig anmuten mag, aber wir versuchen es trotzdem, also einerseits, weil ich es halt unbedingt zocken will, weil ich halt mega Bock mittlerweile, also so oder aktuell, was heißt mittlerweile, ich habe eigentlich immer Bock auf Space Engineers, aber aktuell noch ein bisschen mehr, weil die Herausforderung schon ganz genial ist, aber so direkt über uns praktisch gerade jetzt, wenn wir nach oben gucken würden, kommt gerade etwas mit rasender Geschwindigkeit an, weshalb ich jetzt gerade Pause gemacht habe, weil wir gleich hier weg müssen, denn das scheint nicht gut zu werden und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ach doch, ich bin in diesem anderen Raumschiff, na dann ist es egal, ja da kommt nämlich was an, eine Hacker Drohne, okay, und da vorne ist auch irgendwas, ja stimmt, wir sind ja noch in diesem Raumschiff, genau, damit wir hier, ich kann es leider nicht sehen, haben wir hier irgendwo einen Aussichtspunkt, wo ich das vielleicht mal sehen kann, das Ding? Ah, eben war das so mega schnell und jetzt hat es angehalten, ne? Ich mache auch das Signal an, vielleicht reicht das schon. Hm, also das kommt näher. Ne, ich schalte das mal wieder lieber aus. Ja, also wir haben jetzt das Problem. Ah stimmt, wir müssen jetzt die Schleuse aktivieren. Ne, wir haben es ja schon gesagt, wir haben eigentlich genau das hier, was wir brauchen. Gut, hier ist ein Geschütz und ich glaube hier auch. Aber, weil ich gucke jetzt einfach mal, vielleicht schaffen wir es ja, also ich brauche einen nur, wobei das ist wahrscheinlich einer der letzten Punkte, ne? Ja, da ganz unten. Also wir könnten von hier aus nicht beschossen werden. Also ich könnte es von hier aus so, ne, hier. Genau, von hier könnte ich das wegsäbeln, ohne dass die mich treffen. Aber ich will erst gucken, ob hier noch irgendwo, ja, draußen sind halt Geschütze, ne? Das ist das Problem. Da ist alles voll und hier. Also ich würde jetzt praktisch mein Leben riskieren, nur um das zu bekommen. Das finde ich jetzt irgendwie, ja, noch nicht so richtig prickelnd. Also würde ich, glaube ich, lieber den anderen Weg gehen, dass wir so ein kleines Schiff bauen, einfach mit einem Erdsensor. Wir haben ja noch eins da und dann damit suchen gehen, das wäre, glaube ich, sinnvoller. Oh, Helm aufsetzen, wäre eine coole Idee. Okay, die Hacker-Drohne fliegt wieder weg. Ganz schön schnell, ne? Ja, soll die man nur machen. Soll die man nur machen. So, wir fliegen jetzt einfach mal zu diesem Asteroiden. Oh, was ist das da? Da war was. Da war was. Achso, wir haben noch den Beacon, ne? Stimmt. Ja, wir gehen erstmal dahin. Das interessiert mich jetzt nochmal. Außerdem war da eben was hinter uns gewesen und ich möchte eigentlich ungern schon wieder Opfer von irgendwas werden, was uns töten will. Wobei diese Außenposten echt gut ist. Die müsst ihr euch noch nicht heranschieben an uns. Da können wir auch mal hingucken. die ist Enlightened Prospectors. Ich glaube, die sind fies. Ich glaube, die sind fies. Also, oder können fies werden, wenn wir denen halt Sachen klauen. Ja. So ein bisschen verständlich ist es ja schon. Oh, okay. Coole Sache, das. So, erstmal das Wichtigste. Hast du Geschütze. Ja, hier ist eins dran. So, das ist kaputt. Guck dir das an hier. Das wurde schon ordentlich beschossen, ne? Verdammte Axt. Ja. Ja, soll doch nicht so wirklich richtig viel verteidigen, ne? Nur so diese ganz kleinen Geschütze. Das ist natürlich jetzt kein großartiger Schutz. Was ist das eigentlich hier? Ionentriebwerke, okay. Das soll, glaube ich, so aussehen, oder? Krass. Was ist denn das hier? Ach, ach so, was sind die hier im Trittwerke, okay. Hm. Das ist jetzt doof. Weil ich bräuchte schon das Silber, aber... Ja, nee, ich möchte mich eigentlich ungern mit irgendwas anlegen. Egal, so, wo ist meine Raumstation? Wir haben einfach zu viele Signalquellen, ehrlich gesagt. Da ist es. Und da ist auch ein unbekanntes Signal. Da gehen wir mal hin. Hm, 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 hm. Hm, genau so. Das ist ein Shuttle. Das ist auch wieder ein Shuttle. Okay, ist immer das gleiche Shuttle anscheinend. Hm. Na, egal. Gucken wir jetzt erstmal zur Basis. Dann werden wir die Asteroiden, die wir nicht markiert haben, mal abklappern. Irgendwo muss ja Silber sein. Das hat sich so radikal verändert, dass Silber jetzt einfach nicht mehr im Weltall auftaucht, sondern jetzt irgendwo anders. Was so medium cool wäre, eigentlich gar nicht, aber ich versuche es zumindest irgendwie cool zu finden. Ja, man muss ja irgendwas versuchen, Positives zu sehen an irgendwas. Was ist das? Okay, jetzt müssen wir aber dringend zurück. Eissilber. Wo ist sie denn jetzt? Bin ich jetzt blind? Ach da. Okay. Ah, nicht so gut, ne? Hm. Das ist auch sogar eine Space Station. Was haben wir da? Patrol. Aha, genau. Ah, wichtig, dass wir von den Shuttle wegbleiben. Und dass wir das Signal auslassen, Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Also mein großer Plan ist ja eigentlich, eine Weltraumstation zu machen, die einer Umlaufbahn folgt. Also ich habe jetzt noch keine Mod gesehen, die das macht, aber meine Überlegung war, mit einem Raumschiff um einen Planeten drumherum zu fliegen. Warte mal, hier hinten ist doch... Das hier funktioniert doch nicht mehr richtig. Genau, das haben die doch so zu Klump geschossen. Genau, nehmen wir zehn Stück davon mit. Das müsste reichen für... Das müssen wir ein bisschen höher fliegen. Ah, hier ist schon der Eingang. Gut, dann setzen wir uns schnell ins Raumschiff rein, einfach nur. Ach, die armen Teile von dem Ding. Ach du Kacke. Geht gar nicht. Nein! Ah, hier drüben nicht noch das Raumschiff, das eine? Hä? Ah, hier. Das müsste doch auch noch Energie haben, oder? Es hat keine Energie mehr. Naja, ist ja okay. Tollwurst. Ganz toll. Ganz toll. Jetzt wird man davon weggeschleudert. Ah, diese Sensoren sind ganz schön und gut, solange sie funktionieren. Na, es ging jetzt schneller. Okay. Das geht weg. Das auch. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay, okay. So. Ah, ist auch kein Silber drin. Das ist ja Wahnsinn. Okay. Hier auch nicht. Also wir haben jetzt Gold und Platin und Haste nicht gesehen, aber so Silber gar nicht. Kann doch nicht sein, dass Silber praktisch nur in Schwerkraftkomponenten drin ist. Eine Gatling-Munition ist da drin, ja. Oder medizinischen Komponenten haben wir aber auch nicht. Reaktor-Komponenten, das ist eine Idee. Warte mal. Ja, da habe ich sogar welche da. Ja. Ah. Das ist ja nochmal viel leicht jetzt. Uh, wobei das gar nicht Das ist gar nicht wenig Fünf Stück für die paar Reaktorkomponenten Irgendwann kann hier noch einen Reaktor rumfliegen Ah, es reicht Ja, wunderbar, sehr, sehr geil Das heißt Die Naniten können loslegen, unsere Basis zu reparieren Das finde ich super Müssen wir halt nur noch die Leitungen legen Oder reparieren vielmehr, weil die gab es ja eigentlich schon Damit Alles passt Oh, da kommt irgendwas schnell näher Ist halt doof, dass man das da unten nicht sieht Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Computer So, ich fliege jetzt mal da rüber In der Hoffnung, dass ich das von denen weglocken kann Ansonsten fliegen wir zu der Station Ja, wir haben halt nur dieses eine Geschütze Boah Aber zum Glück hat das noch Energie Das freut mich schon mal Ah, kleiner Frachtcontainer Aber du hast auch noch Munition, ne? Ja, du hast noch Munition Du hast noch genug Munition, das ist super Auch hier gilt Eins reicht Kommt das immer noch näher? Maximale Reichweite Hat er es echt zerlegt? Boah, wird nichts Rotes mehr angezeigt Oh, sehr schön, das ist ja super Dann brauche ich mir keine Gedanken machen Schade aber, dass das hier alles so kaputt gegangen ist Ja, das ist halt Wenn die dann ein paar Mal getroffen werden Sind ja relativ schnell hinüber, ne? Ah, ja, egal Also das Ding funktioniert auf jeden Fall noch Da bin ich glücklich und zufrieden Wenigstens ein bisschen Schutz Neben dem da vorne Davon könnten wir noch ein paar mehr gebrauchen Naja, egal Was ist denn das hier? Eis, ne? Okay Pff, warum nicht, ne? Haben wir halt noch so ein bisschen Eis Ah, ich nehme es mal hier auseinander Vorsicht selber Da sind ja auch Computerteilchen drin Also von daher, ähm, recyceln wir das jetzt Wir können die Batterien eh nicht Doch, wir könnten sie retten Das ging ja Wir könnten da jetzt was dran bauen Und ein kleines Schiff Entsprechend, äh, mit viel Energie versorgen Aber Ich weiß nicht, ob ich das so möchte Gerade Aber die sind schon gut geladen Und entladen tun die sich jetzt nicht unbedingt Äh Naja, mal schauen, komm Machen wir erstmal hier weiter Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Computer Haben wir hier nicht noch irgendwas drinnen Äh, ja Ich würde spontan behaupten Wir haben da ein paar Computerteilchen Das reicht ja vollkommen aus, ist das geil So, dann brauchen wir noch Motoren Knapp 200 Ein bisschen mehr als 200 Stück Bitte sag, dass hier noch Motoren drinnen sind Ich würde hier jetzt nicht Da oben ist auch noch ein Anschluss, das habe ich gerade gesehen Da haben wir überall was versteckt Das ist Wahnsinn Keine Motoren Auch keine Sind hier in den Triebwerken noch welche drinnen Oder sind das ohne Motoren? Ne, ist ohne Motoren Schade Okay, jetzt sind jetzt nur so ein paar Stahlplatten übrig Gucken wir mal hier nochmal nach Motor Ja, keiner, okay Ähm, interessant Interessant Naja, wird's Eisen wieder knapp, ne? Egal, machen wir da erstmal ein bisschen was Also ich weiß noch nicht, was wir mit dem ganzen Gold und Platin machen wollen Aber Wenn es dann soweit ist Können wir davon massenhaft herstellen Ich bin sehr zufrieden damit Ja, lassen wir den jetzt erstmal produzieren Und dann Geht das ja auch Aber ist ganz gut, wenn die Naniten dann endlich fertig sind So Nun gut, aber dann werde ich an dieser Stelle erstmal einen Cut machen Äh, hoffen, dass nichts Böses auftaucht in der Zeit Ich versuche mich dann immer wieder hier zu den, ähm Punkten zu retten Die beiden, die wir haben Das müssen wir dann vielleicht auch nochmal reparieren Und Ich interessiere immer noch was mit dem Escape Pod ist Warum der hier Da ist auch noch ein Patrol Craft Treibt das jetzt einfach hier davon? Oder was ist damit? Guck mal, hier sind ganz viele Motoren Das ist mir eigentlich gerade egal, ob die Energy Low ist oder nicht Das ist ja gerade perfekt Müssen wir das eigentlich mit den Fehlen schon haben Boah, dann mal wieder schnell zurück Energie auftanken Das Ding fertig machen Gucken, vielleicht reicht das schon Das probieren wir gleich mal aus Das machen wir jetzt noch kurz Das interessiert mich jetzt auch zu sehr Weil wenn die Naniten nämlich endlich funktionieren Brauchen wir uns zumindest um die Instandheit und Reparate Dass das Ganze hier nicht so viel Sorgen machen Supraleiter, das kann ja nicht wahr sein Dass ich so viele tausende Supraleiter brauche Ah, oh nein Oh nein Da ist schon wieder was Okay, dann machen wir das schnellstelle Cut Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal Okay Vielen Dank.